So, so, so YouTube. Es ist gerade Sonnenaufgang und wir sind hier am Strand und ich dachte mir, das lasse ich mir doch nicht hingehen, das mit in die Aufnahme zu nehmen. Sieht schon herrlich aus, wie die Sonne da an der Windmühle einfach mit den Rays langsam gen den Himmel wandert. Der schöne Sandstrand mit den alten Fischerbooten ist auch hier. Ja, und wir haben ein paar Aufgaben zu erledigen und die müssen wir angehen. Ich weiß gar nicht, was mit diesem komischen Event war, wo wir die Wolfspelz-Dinger da sammeln mussten, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Das war auch so, geh da hin und jetzt sammelt schnell in 20 Minuten irgendwas und das, das ist, manchmal weiß man gar nicht, was los ist in dem Spiel. Und das ist ein bisschen schlecht, nicht? Also die Story selber ist ganz gut, aber dann verliert man manchmal so den Anschluss. Was denn jetzt wirklich Sache ist, kann natürlich an dem Englisch-Deutsch-Mix liegen. Da bin ich jetzt auch nicht so firmlich, wenn die so komisch ist, dann verstehe ich auch kaum was. Und dann aufpassen, die Übersetzung lesen und dann noch verstehen, was sie von einem wollen, das kriege ich halt einfach nicht hin in meinem Kopf. Ähm, dann, ich glaube, ich habe schon überlegt, einfach die Sprache auszumachen, dann lenkt mich das nicht so sehr ab im Kopf. Dann lese ich nur und dann reicht das auch. Ah, hier kann man hoch. Ja. Bewohner, Hafenarbeiter. Oh, fast runtergesprungen. Ah, da ist wieder einer von diesen Riesen. Guckt mal. Ah, der hält. Der hält das Schiff für den. Nett. Ja, vielleicht finden wir noch ein paar Bücher. Eins haben wir ja schon gerade gefunden. Das ist auch auf jeden Fall eine stehende Aufgabe. Hier hinten war ich halt irgendwie noch gar nicht. Kann das sein? Hm. Doch, hier habe ich mich festgebackt an der Stelle. Ich erinnere mich. Da unten. Da kann man sich reinbaggen. Das ist nicht gut. Warum geht es da hoch? Aber da kommt man nicht durch. Okay. Wow. Wow, wow, wow. Ähm, ja, dann machen wir doch das Sagen umwohnende Grab, nicht? Dann müssen wir wohin? Oh, ganz nach Norden. Können wir eigentlich von hier direkt runterjumpen, oder? Und dann nach Norden. Warte mal, hier geht es doch irgendwo hoch. Da. Vielleicht vom Leuchtturm ausspringen. Hier ist doch auch noch irgendwo ein Buch versteckt, oder? Hm. So ein Entwicklertagebuch. Die Meeresbrise ist erfrischend. Die Flüsterinsel, sichtbar vom Festland, sieht irgendwie anders aus. Okay. Also, die Stadt ist auf jeden Fall groß. Ich habe jetzt noch nicht alles erkundet da drin. Gibt immer noch so eine Gasse oder zwei, die man noch gar nicht gesehen hat, wie das hier zum Beispiel. Da. Deswegen liegt da zum Beispiel noch ein Buch. Hälpies Brief. Na ja, guck an. Die Hälpi. Auch hier, nicht? Können überall Bücher, versteckte Sachen hinterliegen. Da haben wir schon zwei, drei gefunden. Hirsche. Deswegen gehe ich auch gerne mal ein bisschen abseits der Straße einfach entlang. Gerade hier in so Wäldern an Kanten haben die Deaths selber ja so Notizen zum Spiel hinterlassen. Einmal ein Kochbuch, Eintrag über irgendeine Suppe, einmal über fluoreszierende Wesen im Wasser. War ganz spannend. Da würde ich gerne halt noch ein paar mehr von finden. Die leuchten immer orange. Nicht wie die Bücher lila. Ich würde auch sagen, also die Grafike ist auf jeden Fall hübsch und man kann nicht sagen, die ist hässlich. Nicht, sie ist aber auch nicht State of the Art, aber sie ist wirklich solide. Solide ist, glaube ich, ganz gut. Da ist noch ein Büchlein. Ah, kommen wir nicht hier ran, weil, was? Was ist hier? Ich will so nicht sterben. Ich hätte niemals so gierig sein dürfen. Okay, wir sollten das Haus betreten. Okay. Eine random Quest? Können wir ihnen helfen? Wer ist da? Geh weg! Ich sterbe wegen des violetten Edelsteins. Okay, den nehme ich gerne an mich. Okay, ich kann dir natürlich helfen. Ich werde in deinem Namen mit ihm sprechen. Okay, irgendein Chris. Oh, noch irgendwas versteckt hier drin? Nee. Naja, kriegen wir doch hin. Cool, eine versteckte Quest? Hier kommen wir drüber. Jawohl. Nein, nicht verwandeln. So. Notiz eines Jägers. Jawohl. Von denen haben wir nämlich noch nicht alle. Ähm. Erkundung im Schafspelz. Wartet mal. Achso, hier ist das Lager. Sprich mit dem Jäger im westlichen Lager. Okay. Wenn wir schon gerade hier am westlichen Lager sind, können wir das ja direkt machen. Ach, Chris. Hier ist Chris. Ich traf Neal im verlassenen Haus. Ja, er will ihn dir zurückgeben. Okay. Okay, kriegen wir hin. Okay, kriegen wir hin. Okay. Faszinierend. Okay, aber Erkundung im Schafspelz haben wir dadurch noch nicht abgeschlossen. Ich soll mit dem reden. Dann machen wir erst mal die Aufgabe hier mit dem guten Neil zu Ende. Wir helfen ja gerne, nicht wahr? Ähm. Der hat sich aber ganz schön verändert. Zack, bam, so'n Ding. Tja. Der hat sich aber auch nicht Kann sein, dass Bösewichte immer gerne Sachen sammeln? Aber wir hatten auf jeden Fall gerade ein Flashback oder sowas. Und wir brauchen unbedingt einen anderen Hut. Dieser Magierhut macht mich fertig. Ich soll ja auch mit dem reden, mit dem Jäger. Was ist ihm misslungen? Erkundung im Schafspelz, kennst du die nicht? Eine Mutprobe. Okay, wir sollen uns als Schaf noch verwandeln. Dann machen wir das. Das ging nämlich neulich nicht. So, und was soll ich machen? Okay, wir müssen zum nördlichen Pilgerstein. Also, dann verwandle ich mich, oder? Ja, okay. Also, ich darf nicht rennen. Das heißt, wir müssen langsam, wie wir sind, da drüben hin. Köder. Noch mehr Köder. Ist das jetzt das Ding, wo wir hin müssen? Nee. Äh, wo soll ich hin? Dahin. Oh, oh. Alter, da stimmt doch irgendwas nicht. Nee, da soll ich hin. Brutaler Wolf. Ähm. Ähm. Wir schaffen's. Wir schaffen's nicht. Oh, wie weit ist denn das weg? Autsch. Autsch. Mein armes Schäfchen. Nein, 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 nein. Böser Wolf. Böser Wolf. Ah, ich glaub, hier kann ich nur reden, oder? Wann muss ich hier denn? Doch, hier. Okay, abgeschlossen. Das war's. Ah, und jetzt muss ich mit dem Jäger reden. Und dann, ähm. Muss ich mich wahrscheinlich in irgendwas anderes. Okay, nee, doch nicht. Hm. Äh, nutze Schafe. Ne, begib dich zum Wachtturm. Achso, und jetzt zum Wachtturm-Pilgerstein. Von hier. Okay. So, und wo ist der? Da oben. Ah, da. Nein. Ah. Darf doch nicht rennen. Lern's aber auch nicht. Achso, da ist das Schafding. Ah, hier sind natürlich keine Spieler gerade aktiv, nicht wahr? Zorniger Wolf. Ungünstig. Brutaler Wolf. Oh, was ist das? Gründes Wildkraut. Hm. Okay. Wir müssen durch. Oh, Glück gehabt. Huh. Easy. Okay. Und jetzt müssen wir zurück. Na klar. Da drüben. Nee. Oh, hier ist ein Buch. Das muss ich natürlich mitnehmen. Sorry. Bis wohin? Ins westliche Lager. Genau. Ähm. Komme ich da nochmal unbescholten durch? Mussten so und dann so. Dann kommen wir zumindest auf den Weg, hoffe ich. Ja. Gut. Und dann müssen wir ja nur rüber zum westlichen Lager. Das sollte gehen. Da kommen ja keine Wölfe auf den Weg. La, 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 la. Ich bin ein Schaf. Tra, li, li und tra, la, la. Tü, 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 tü. Hoffentlich will mich keiner zum Schafsbraten verarbeiten. Oh, oh. Au. Weil er dem Jäger hinterher gerannt ist. Ich kann dir leider gerade nicht helfen. Ich bin ein Schaf, wenn du nicht richtig siehst. Wie soll dir ein Schaf helfen? Herr Jäger. Ah. Okay. Da haben wir das abgeschlossen. Sehr gut. Und wir müssen mit Chris reden. Dann müssen wir das so oder so. Hier wird Chris übrigens mit K geschrieben. Hier mit C. Sehr interessant. So. Ich war beim verlassenen Haus. Er ist gestorben. Ich bin ein Archeum-Soldier. Gute Gäste. Im Endeffekt konnten wir uns nicht zu schafen, Neal. Die Starfragments sind gefährlich. Ihr auch müsst euch wissen, die Kraft des Starfragments. Dieser wird bald zurückgekommen. Der wird bald zurückgekommen. Ich kann Dinge von hier. Good job. So. Da haben wir die Aufgabe auch abgeschlossen. Und gleich die zweite bei Chris. Ja, jetzt sagt er das wieder. Aber ich soll doch mit Chris reden. Entzinn und Lösch eine Wegfackel, sagt er jetzt. Okay. Ich musste mit ihm reden. Er hat irgendwas gelabert. Aber ich weiß nicht was. Der Jäger sagt hier Hilfe. Das wollen wir doch auch mal übernehmen. Bisschen den Wölfen auf Ömmel geben, ist wahr? Ja. Genau. So. Wo ist die nächste? Hier. Ach nee, das ist Wildkraut. Oh, das können wir auch sammeln. Dann können wir sicher Sachen herstellen. Was ist da vorne? Fruchtsternbaum. Das einzige, die Gegnerfokussierung ist. Ein bisschen nervig. Man muss da wirklich manuell ran. Und hallo Ben. Willkommen im Chat. Hallihallo. Was geht, was geht? Das frage ich doch gleich zurück. Da. Das Ding. Nee, das ist die Wolfsfalle. Das Ding. Weg mit dir. Wo darf ich jetzt? Danke. Bisschen was fällen. Finde ich zum Beispiel auch komisch. Man kann einfach alles sammeln. Man hat nicht so das Gefühl, dass man erstmal irgendwas lernen muss oder so. Deswegen hat man gar keinen Bezug zu diesem Beruf oder so. Es fühlt sich halt an, als ob man direkt im Endgame-Content steckt und schon alles kann. Oh. Zum Beispiel sterben. Puh. Der war heftig. Böser Wolf. So. Dann erholen wir uns ein bisschen. Ja, ich hab dir grad geholfen. So, kurz ans Lagerfeuer, nicht? Da heilt man oder so. Oder auch nicht. Hm. Ist nicht noch ein Lagerfeuer? Nee. Okay, aber ich soll irgendeine Sache entzünden. Das sind weggeworfene Köder. Entzünde oder lösche eine Wegfackel. So, wo ist denn eine Wegfackel hier? Eigentlich ja nur am Weg, oder? Aber warum ist das nicht markiert hier? Wie sieht denn eine Wegfackel aus? Ich würde irgendwas auf Holz erwarten. Hm. Geh mal in den Hauptweg. Was geht? Was spielst du? Es ist Lineage Eternal. Ähm. Beziehungsweise. Thrawn and Liberty. Hier ist ein MMORPG. Neu rausgekommen. Da, das ist die Wegfackel. Genau. Okay. Hätte er ja auch hier markieren können. Hilf einem Jäger. Okay, jetzt müssen wir dem Jäger helfen. Gut. Ah, dem wird schon geholfen. Da, dem können wir helfen. So, geholfen haben wir auch. Okay. Haben wir auch aufgesammelt. Sehr schön. Okay. Jetzt Wolfsjagd. Besitze 30 Wolfsschwänze. Das dauert aber. Die ist aktuell nicht aktiv, die Jagd. Äh. Dann haben wir alles erfüllt hier, oder? Hier ist irgendwas. Die ist doch jetzt nicht aktiv. Dann wäre nämlich alles grün, wenn ich hier wäre. Oh. Und ich heile mich nicht. Da muss ich auch nochmal was herausfinden, wie ich mich heilen kann. Ich bin auch noch blutiger Anfänger, nicht? Ist ja auch erst rausgekommen. Aber viele haben es schon im Early Access gespielt. Und die Goldfarmer sind auch schon im Chat. Ich weiß nicht. Wer von euch kauft sich denn da überhaupt Gold? In so einen Spielen. Habt ihr schon mal für ein MMORPG bei irgendeinem Goldseller Gold gekauft? Also ich muss gestehen, ich würde gar nicht auf die Idee kommen. Das ist also irgendjemanden, der vermutlich eher in Richtung Verbrecher, Scammer geht. Und auch Geld dafür zu geben, nicht wahr? Aber wir wollten ja eigentlich zum Grab. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Grab. Und hallo, Jonny. Auf welchen Server spiele ich? Wo kann ich das sehen? Ich weiß das immer nicht. Oh, wir haben neue Titel. Triumphal. Ja, Hüte, der Geheimnis ist okay. Hard irgendwas oder sowas. Es gab nur einen Server, der neue Sachen angenommen hat. Okay, wir gehen auf jeden Fall bis ganz nach oben. Da liegt nämlich noch ein Buch. Hehe. Sehr schön. Oh. Hammel-Lobes-Gesang. Oh weißgehörnter Hammel, deine glitzendes Fell ist blutbefleckt und ein Schatten bedeckt die weiten Ebenen. Der blaue Hirsch rennt über das flache Land der Träume. Sein durchdringender Blick ist in die Zukunft gerichtet und seine funkelnden Hufen zeigen in die Vergangenheit. Wie kann es sein, dass der Wellen der Zeit umkehrt stirbt? Die Knochen der göttlichen Bestie ruhen hier, doch sie lebt in unserer Erinnerung weiter. Alles klar. So, Signalfeuer. Und dann fliegen wir von hier runter, nicht wahr? Easy. Guten Tag. Da ist die gehörnte Figur. Oha. Oh oh. War das eine gute Idee? Oh. Ich glaube, das war gar keine gute Idee. Ein Licht ist inne geworden. Ein Andenken aus einer solchen Material wie etwas, womit man prallen kann. Ah, das ist für die... Ähm... Für die... Die Kleine da, nicht? Für dieses Mädchen. Ah, hier kommen wir hoch. Alles klar. Aber hier ist nichts. Wahrscheinlich muss man hier nachts hin oder so. Könnte ich mir vorstellen. So, was haben wir geschafft? Nutze B, um nach Kastelon zurückzureisen. Wolfsjagg-Andenken anfertigen. Achso, wir haben das Zeug schon. Okay, was haben wir noch? Nimm an, dynamisches Eventteil. Wolfsjagg-Wettbewerb bei Nachtheul. Ja, wann ist das? Das ist die Frage. Das müssten wir wirklich noch erfüllen. Wir hatten nur 33% geschafft beim letzten Mal. Da passiert noch nichts. Ja, das ist... Man weiß es ja nicht. Bei mir sind es trotzdem zu viele... Oder, äh... Ja, nicht zu viele. Aber die Zwischensequenzen... Sind zwar nett. Aber finde ich, treiben auch das Spiel... Die kosten, glaube ich, in die Höhe heutzutage. Weiß nicht, wie ihr das seht. Braucht ihr so Zwischensequenzen? Ich eigentlich nicht. Ich komme auch aus einer Zeit, wo Spiele... ...halt kaum was geleistet haben. Nicht wahr? Aber kann man nicht irgendwo den Server sehen? Wisst ihr das nicht? Ich sehe es immer nur beim Ausloggen. Weil hier steht... Wertpunkte, Werte zurücksetzen. Blablabla. Level 12. Gruppe. Gruppensuche. Das ist der Chat. Das sind die Einstellungen. Aber kann man den Chat nicht ausblenden? Der nervt nämlich. So, vielleicht. Okay, wo sehe ich... Wann ist das nächste Event? Starte. Hier sammeln sie Spieler. Geht's denn bald los? Dynamisches Event. Blablabla. Dynamisches Event. Wann? Okay, hier sehe ich das. Um 15 Uhr. Also in einer Stunde erst. Ah, dann können wir erst mal... ...zurück in die Stadt, würde ich sagen. Nur wenn man den Charakter wechseln will, sieht man das. Ah, okay. Das ist schlecht gemacht. Dass man an die Informationen nur dann rankommt. No. Wäre halt manchmal hilfreich. Nicht wahr? Wenn Leute zum Beispiel fragen. Ich kann mir den Namen nicht merken. Ich habe am Anfang drei Server probiert. Die gingen nicht. Und dann habe ich irgendein... ...random angeklickt. Und mir den Namen nicht davon gemerkt. Deswegen habe ich da so gar keinen Bezug zu. Den habe ich mir ausgesucht. Den habe ich mir ausgesucht. Aber hier war irgendwie so... Fehler 10, Fehler 10, Fehler 10... Und ich habe einfach so lange probiert, denn die Server bis irgendwann nicht mehr Fehler 10 kam. Da habe ich natürlich die ganzen Namen von den Servern nicht im Kopf mehr. Ja, aber irgendwas... ...Kachela oder sowas. Kackala, Kackenla, Kuschala, Kukala. Irgendwie sowas. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge geben wir die Sachen aber erstmal ab. Und planen wir den Charakter durch. Ich glaube, ich habe hier einige Sachen offen. Bis gleich. Tschüss.